Mr. Kennedys Vlog ist zurück, nach einem geschätzten, na sag gefühlten drei Jahren bin ich wieder da, umgezogen, mit ganz viel bling 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 bling, überall bling bling im Hintergrund. Erstmal wie immer die Grüße an Mike, an Ratze, an Adnün, an Roran, an meine Mutti, meine Mutti, meine Mami macht immer Broccoli für mich. Aber ihr wisst ja, kein Kennedy Vlog, ohne Überraschung, meine Überraschung ist heute, Nasril, einen riesen Applaus. So, da muss ich jetzt mal hier wegen Interview, technischen Gründen, das Headset abnehmen. So Nasril, erzähl uns doch mal was über dich. Äh, ja, der ist ein bisschen schüchtern. Nasril, wie wir heute denn Basketball spielen? Gut. Okay, aber ich hab'n special Trick. Da fällt er immer drauf hin, dann geht er voll ab wie Schnitzel, aber. Nasril, keine Explosion! Jetzt erzähl uns was! Was denn? Ja, irgendwas, was Schönes. Irgendwas Schönes! Naja, viel gebracht hat's nicht. Aber macht ja nix. Nochmal, keine Explosion! Und jetzt? Ja, was soll ich denn jetzt groß erzählen? Wie fühlst du dich? Soweit eigentlich ganz gut, kann mich ja nicht klagen, weißt du, das übliche Prinzip? Du kannst doch mal den Leuten was über mich erzählen, erzähl doch mal was Nettes über mich, über Mr. Kennedy, den Man of the Week, ihr Candidate. So ein Arschloch. Aber ein nettes Arschloch. Und wie sieht's denn mit dem Skill aus? Den hat er wenigstens. High Skill? Kommt nahe. Okay, naja. Also Leute, wie's aussieht, ich bin umgezogen, Stefan wohnt jetzt bei mir quasi. Eigentlich nicht, aber ist fast immer hier. Macht ja nix, macht ja nix. Macht ja nix, ne? Im Moment ziemlich viel, weil ich Urlaub hab, lass mich doch. Selbst wenn du keinen Urlaub hast, dann gehst du arbeiten und dann kommst du her. Stehst morgens auf und gehst zur Arbeit und kommst wieder her. Ah, macht ja nix. Er bringt Alkohol und Essen mit. Und Alkohol ist mein Grundnahrungsmittel, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Ja, was gibt's über das Wochenende zu erzählen? Das Bier schon kaltgestellt. Letztes. Ach, letztes. Da war das Bier kaltgestellt. Haben du auch kein Bier getrunken? Stimmt. Doch. Wann? Ach ja, stimmt. Da haben wir getrunken. Ja, haben wir getrunken. Mami? Mami. Hallo, Mami. Äh, und ich hab dich getragen. Ich hab dich auch getragen. Aber mir ging es danach schlechter als ihm. Ey, aber ich hab auf dem Foto jetzt mal nachgeschaut, ne? Mein Gesicht ist tatsächlich roter als deins. That's the skill, motherfucker. Nein. You got that shit? You got that shit? Hau an. Seht ihr das? Ich werde hier geschlagen und getreten. Und ganz viel bling bling im Hintergrund. Ganz viel bling bling. So, was gibt das noch Neues? Äh, Vera hat mal wieder gewonnen. Und ich hab jetzt noch ein bisschen blondet im Haar. Ja, so ein bisschen. Wird aber nachgefärbt am Wochenende wieder. Das sieht übelst nice aus. Ja, ansonsten, in Bremerhaven scheint tatsächlich mal die Sonne. Oder sie hat geschehen. Mittlerweile haben wir wieder Wolken. Das sind keine Wolken. Das liegt daran, dass die Sonne untergeht, Stefan. Nein, da vorne sind Wolken. Schleierwolken. Da ganz hinten ist eine Wolke. Ich hab ein Riesenfenster. Warte mal, ich kann das ja mal zeigen. You got it. Riesenfenster. So. Ich hoffe, dass das jetzt hier richtig wieder steht. Na, so noch nicht ganz. So, denke ich mal. Hoffen wir es mal. Oh, komm hin. So, Leute. Das war Mr. Kennedy's Video für dieses Mal. Ich glaube, das war Nummer 4. Ich grüße nochmal meinen Sponsoren. Stefan. Er sponsort mich jetzt. Mit Getränken, Essen und so weiter. Deswegen ist er mein neuer Hauptsponsor, Leute. Stefan, kauft seine Produkte. Was verkaufst du so? Internet. Internet. Für? Kabel. Ah, wir machen ja keine Werbung hier. Außer für meine Sponsoren. Also, Leute. Ich würde mal sagen, demnächst gibt es was Neues von mir. Ich bin erstmal raus. Hauen sie.